Donut Zugang durch ein Jaguar Maul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges Aha Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguar Maul ist Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück Lara, bist du okay? Ja, ich geh zurück Gut, das hier wird dir gefallen Was genau wird mir gefallen? Ich mag, wie das Auge leuchtet Ich bin nicht sicher, der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht Oh, okay, vielleicht hat sich da jemand verschrieben Kann ja möglich sein Oh, was haben wir denn da? Ein weiteres Rezept, so wie es mir scheint Glaube ich zumindest Hm, interessant Hm, interessant Aber wir sind einfach nur die Reaktion gezeigt hat, ne? Geht das so hin, guckt sich das an, zieht das runter, das war's Ich weiß Ich weiß ja nicht Na gut Äh, achso, das ist Wasser Gut dann Warum konnten wir nicht den Assassin's Creed Todessprung machen Und nochmal Luft holen Okay, wir müssen runter Na gut, 3, 2, 1 und ab geht's Lara Erstmal ab nach unten Ach, du Scheiße Natürlich sind jetzt hier drinnen Piranhas Was auch sonst Na gut, hoffen wir mal, dass die uns nicht treffen hier Wenn wir uns ein bisschen beeilen Erstmal Luft holen wieder Ich werde jetzt hier so oft Luft holen, wie ich nur kann Weil ich hab keinen Bock, dass Lara uns zwischenzeitlich einfach mal abkratzt Boah, wie schön das da hinten aussieht Boah, wie schön das da hinten aussieht Ich will mir das nochmal angucken Grandas scheint jetzt nicht in der Nähe zu sein Muss man nicht, das hier mit er... Ich liebe ja sowas Das habe ich schon in Assassin's Creed Black Flag gemacht Also Teil 4 Black Flag Den ich für die Wii U hatte Und tatsächlich durchgespielt habe dort Sieht halt echt cool aus, sowas Wie das Licht so durchschimmert Und das alles so In so einem grünen Glanz erscheint WTF, Alter Was machen die für Schaden? Ja Geil Alter, WTF haben die für Schaden gemacht Ich meine Ja, Piranhas sind dafür bekannt Dass sie Innerhalb kürzester Zeit Ihre Opfer oder Was was man ins Wasser hält Sofort zerfleischen und nur noch Knochen übrig bleiben Aber WTF, Alter, so schnell? Wir hatten ja gar keine Chance Einfach weiter Ich bin der Meinung, wenn wir da in einem Wasserloch sind Können sie uns nicht kriegen Ich habe auch gemerkt Anfangs habe ich ja gedacht Dass dieses Luftarten Ding da Dieses Wasserloch Oder Luftloch Immer nur dasselbe ist Also immer wieder die selbe Animation ist Mit der Mit dem selben Hintergrund Aber eben ist mir aufgefallen Eben war es ein anderer Hintergrund Da hatten wir diese komischen Hölzer da im Hintergrund Und hier haben wir halt das Segras im Hintergrund Also haben sie wirklich tatsächlich Für jedes Wasserloch Ihren eigenen Hintergrund Ah shit Ich glaube ich hole nochmal Luft Wie gesagt ich hole hier so oft Luft Wie ich nur kann Um möglichst lange auszuhalten Ich würde sagen Da hinten oben war auch nochmal Luft Weil ich weiß nicht Wie lange hier die nächste Passage ist Ja und wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen Haben wir da hinten die Anemonen und sowas Wann ist Anemonen? Ich habe keine Ahnung Shit Okay wir warten Bis hier noch einmal ringsherum kommen Und dann Vorwärtsmarsch Ungefähr jetzt würde ich sagen Okay Noch weiter nach unten Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist Ja und da geht uns auch schon die Luft aus Scheiße Oh halt noch durch Lara Oh das ist ein Luftloch Shit Mach schnell komm Alter Dieses so kurz durchatmen Habe ich noch nie verstanden Das verstand ich auch in Assassin's Creed 4 nicht Geht er halt kurz rein Macht einmal Und dann ist er weg Und dann hält er wieder für 2 Stunden gefühlt die Luft an Das könnte ich nicht Also wenn ich lange Luft anhalte Muss ich danach erstmal so eine halbe Minute erstmal durchatmen Um alles wieder auf Vordermann zu bringen bei mir Boah wie ich sowas liebe So ne alten Tempelanlagen im Dschungel mit so Wasser Ich liebe sowas echt Boah das sieht so schön aus hier Oh Mann Oh Mann Das Problem ist halt nur mit diesen tropischen Gewässern Du weißt halt nicht was da für Viecher rumschwimmen Es gibt ja auch War es ein Parasit oder war es ein Fisch Oh Gott Lass das doch Tut mir leid Hat sonst jemand geschafft Keine Ahnung Es gibt einen Parasiten oder einen Fisch der Wenn du ein Mann bist und mal strullern musst Dann pullerst du manchmal auch in einen Wasserfluss Also in einen Fluss Und wenn du das irgendwie machst wo dieser Parasit oder Fisch ist Dann schwimmt der durch den Pipistrahl durch Und misstet sich bei dir ein Okay probieren wir das neue einfach mal aus Alter Aber die können das doch sehen weil der hängt doch hier offensichtlich rum Sag ich doch Tschüss Aber das ist echt brutal sowas Vor dir Vor uns So schön es auch echt aussieht im Dschungel ne Und im Regenwald und sowas Ich liebe ja echt Dschungel und Regenwald Also es gibt Nichts auf der Welt wo ich mich wohler fühle als in solchen Gebieten In Videospielen vorausgesetzt Und wenn es dann auch regnet Alter ihr müsst eins wissen ich liebe Regen Heute morgen hat es geregnet Alter war das entspannt Scheiße ich hab mein Funkgerät verloren Das Problem ist halt nur es ist alles gefährlich Wo ich mich jedoch auch wohl fühle Irgendwelche asiatischen Gegenden What the fuck Was war das Ja wollte ich auch grad sagen Alter Wo bleibt die Verstärkung Verstärkung ist unterwegs Sie wollen sich bereilen verdammt Das sah ja ein bisschen aus wie das eine Feeder was wir Was ist mit ihrem Arm los What Warum hab ich immer die Bugs Das Feeder sah ein bisschen so aus wie der angebliche Heiler Aus was war denn das Südafrika oder so Was wir da äh hatten als Lara Klein war Irgendwo in der Folge Geschichtsstunde mit Mini Lara oder sowas In der Folge Da kommen wir ja auch Die Leiter hoch nachdem wir das Rätsel gemacht haben Mit dem Globus Und dort ist dann ja auch so ein Angeblicher Heiler So sah das ein bisschen aus What the fuck Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir verdammt! Ganz ruhig, alles gut Kannst du sagen was passiert ist? Da waren nur Blauen Jo, wo ist das in Scream-Manier? Geil So, den nächsten würde ich auch ein nächstes mit einem Attentat machen Und jetzt mal mit dem anderen Attentat wieder Das ist so geil animiert Oh, sie ist positiv, du wurdest kurz vor deinem Tod nochmal von einer schönen Frau berührt Keine Schuss So, die Buller haben wir ja jetzt einfach hier alle weg Tschüss Ha! Deinen Helm hatte ich nicht von meinem Kopfschuss bewahrt So hart Treffen wir nicht ganz Ich würde am liebsten eine Headshot machen bei denen Ich habe ja extra ein Headshot Fadenkreuz Aber jetzt wurde es gleich aktiviert hier wohl Ich finde der Fall stark genug ist Also der Bogen könnten wir den auch gleich Komplett einen durch den Körper böllern Ha, ich würde dasselbe sagen Alter, die machen aber auch Schaden in dem Spiel Machen wir halt wieder meine Strategie Wir bullern einfach alles wirklich weg Wir sind hier Noch 60 Sekunden und wir sind drin Äh, Voterin Wir sind hier Wir sind hier Und wir sind hier Und wir sind hier Wir sind hier Das weiß ich doch, Lara. Ich will doch nur gucken, ob mir noch irgendwas übrig ist. Offensichtlich, wenn man verzweifelt die ganze Zeit auf den Überlebensinstinkt drückt, gibt es hier einen Tipps. Na gut, dann gehen wir mal nach da hinten. Weil hier scheint hier nicht mehr so viel zu sein. Wow. Ja, hier noch ein bisschen Öl. Aber ich glaube hier, ansonsten haben wir hier eigentlich alles gelootet. Und ich würde es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Molotows schicke ich nicht. Oder sind es einfach nur irgendwelche Wasserflaschen? Das weiß ich halt nicht. Ach ja. Ich liebe den Dschungel. Wie schreibt ihr eigentlich Dschungel? Schreibt ihr das mit DS oder schreibt ihr das mit J am Anfang? Es gibt ja da zwei Schreibweisen. Oder schreibt ihr einfach Regenwald, weil ihr euch nicht entscheiden könnt. Ich bin tatsächlich einer von den Leuten, die alles drei verwenden. Also alle drei Sachen verwenden. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt. Von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen hab. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Erstens, das war eine Lüge, Lara. Wir sind längst nicht in Sicherheit. Weil zweitens, Zischgeräusche, die sind die ganze Zeit hier bei uns. Warte. Na gut, unter Wasser kriegen sie uns vielleicht nicht. Das ist immer so. Unter Wasser im Videospielen bist du sicher. Zumindest vor allen Gegnern, die am Land sind. Also zumindest in den meisten Spielen. Oh, hier sieht's echt schön aus. Oh, wie ich sowas liebe. Okay, das Zwischen hat aufgehört. Also jetzt sind wir, glaube ich, vielleicht in Sicherheit. Frage ist, werden wir auf diese Gegner treffen oder nicht? Und werden es überhaupt Gegner sein? Ich hoffe ja nicht, weil man sieht, wie die abgeschlachtet haben. Und warum steht da ein explosives Fass? Das hat eigentlich immer irgendeinen Grund. Sehr gut, ein Lagerfeuer. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.